Au! Boah wie direkt umkommen Wow Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu TAKE INDUSTRY! Und nachdem ich die Folge ein bisschen früher beenden musste als ich will Sonst so beendet werden Gehen wir mal Hier hin Äh, Tor ist hingegangen Ich frag mich ja gerade, wofür braucht man einen HV-Transformer? Geht das auch in die andere Richtung? Dass da halt so kleine Strommengen in große Strommengen umwandeln können? Diese Frage wird immer unbeantwortet bleiben Äh Ja, ich hab immer noch gar keinen Plan wie ich hier Die ganzen Maschinen setzen werde Ich denke aber mal, dass das eventuell Sinnvoller ist Wenn das Goldkabel Wann nehme ich den Goldkabel? Auch voll sinnlos Können die HV ab? Äh Nö, können die noch nicht mal ab Das können die noch nicht mal ab Machen wir Glasfaser Ganz ein Glaskabel da Dann können die auch weg tun So, weg mit dem Kabel Wir machen mal alles hier weg So, weg, 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 weg Alles raus Bis auf das Das kann auch weg, das kann auch weg Das will ich behalten Oh, ein bisschen Kohle brauche ich Äh Nehmen wir den Stack mit Äh Quatsch, da Okay Jetzt gehen wir Zur Turtle Ach verdammt Da müssen wir ganz nach oben Wir bauen die Diskette Und Ich habe leider immer noch gar keine Ahnung Wie ich ein Programm Von der Diskette Auf ein Gerät schreiben kann Und wir wollten ja Da noch was ändern drin Nämlich, dass er ausgibt Wie weit er ist Äh Gänge Gleich 20 30 0 0 3 Sagen wir 30 Gänge Okay, wenn er dann Rechts, links gemacht wird und dann gang place down print gang ach wie kann man das machen i, oder so plus ah ich probier aber plus von gang gang gänge von mal so ein pro strich rein plus gang zahl ich hoffe das geht steuer save steuer exit ich muss die mal rausnehmen so exit goodbye so jetzt bin ich da wieder rein edit test print und was soll ich da mal reinschreiben ähm genau i plus test ist eins i gleich ich zähl stau save und exit test ok edit test comma save exit zählen test ok da muss ein comma hin da war das also geklärt cd disk edit mining mit kommand geht das nicht mit plus wie ich gedacht habe kommand 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 ok speichern verlassen cd mitnehmen und dann müssen wir mal runter wuuu ja aber hier ist ein nebengang noch ein wir brauchen nämlich die disk drive so ich brauch auch was zu essen eventuell wieso schon wieder weg getan diese aufnahme die ich nicht äh habe praktisch habe ich auch ständig irgendwie was zu essen geholt und das dann sofort wieder weggelegt ist aufall sinnlos halt noch mehr nö ok ok auf den oben da wollen wir noch ein canvas pack versuchen zu machen und dazu strings strings wie sind das drei ja sind drei hier haben wir alle drei mit ah ist doch perfekt äh wie war das irgendwie so und dann das da in die mitte dazu mal sechs stück ich glaube das reicht nicht ne ja für noch zwei ok wo kriegen wir jetzt zweimal wir haben doch flex seeds um gepflanzt vielleicht vielleicht wir da tata schon ganz gut ausgewachsen ein ein toll richtig äh viel so wenn ich das mal so sagen darf das ich vielleicht einfach noch mehr von den dingern ok ich will das ja irgendwann mal mehr so wie ich es mir erhoffe so zack 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 getreide ganz viel getreide für die scheiß kühe so kommt hier ihr geilen kühe willst du nicht da hinten ja geht doch ich hätte auch noch eine gefunden gehabt so ja ok also wir haben jetzt einen ganzen string bekommen ey ich bin soo weich ich habe soo viele strings jetzt nein das ist ja unfassbar ich gehe mal zum spin and spawner da werden mehr sein äh dafür brauche ich aber eine waffe soo komm her ich habe nämlich jetzt vor ein canvas back zu machen ah ja hier hier geht es ja durch so viel zeug wie dabei ich überlege gerade wenn ich hier die skatte jetzt mitnehme ist die vermutlich nachher einfach weg also tue ich die mal in sicherheit ok 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 das müsste ja dann hier rum ist ja voll duster hier ist ja praktisch unter mir also praktisch seh nix Zack. Da bin ich. Strings? Strings? Nö, ich bin ein Tag. Okay. Au! Boah, wie direkt so kommen. Wow! Ja, das kann ich nur mal bauen. Loll, ich stehe einfach so ein Creeper mal um die Ecke herum. Au! So, mal kurz wechseln. Haha, wie viele Strings es gibt. Es gibt Hoffnung für mich. Jetzt kommt da nix. Na doch. Naja, also zu viel war das jetzt ja nicht. Bauen wir so lange ein bisschen Kohlen hier ab. Vielleicht Spawner noch mehr. Vor diesem Kohlenfeld gespawnt, dieser Spawner. Das ist... dieser... dieses Dungeon. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ganz ehrlich. Fuckt mich nicht ab. So, jetzt ist aber gut, ne? Hallo. Ich sagte, jetzt ist gut. Jetzt durch das hier alles aus. Das geht doch nicht mit euch n Ding zu langsam. So. Jetzt lass mich in Ruhe. Den Spinnen hier. Wow! Die kommen einfach von überall. Ich glaube, das sollte eigentlich gleich mal reichen. An Strings. Ja, ist ja gut. Von die XP fahren wir auch noch so nebenbei. So, wie viel Strings habe ich? Acht Stück. Ich glaube, es ist zu wenig. Ich nehme die Kisten hier auch mit. Ja, da kommt die direkt. Nicht so fällig. Äh, Eisen. Ja, solange wir auf diese Spinnen warten, dass die spawnen. Können wir ja einfach mal so ein bisschen Rohstoffe mitnehmen. Keine Ahnung, ob wir mit der Querie hier mal hinkommen. Ich weiß es nicht. Aber es wird sich ja schon lohnen, das hier getanzt zu haben. Ja, noch ein bisschen mehr Kohle. Können übrigens mal jetzt zurückgehen. Ich habe langsam Angst, dass da irgendwas mich überfällt. Und mich stötet. Ich will nicht sterben. Aber gut, hat nicht wirklich was gebracht, ne? Ach, da oben bist du. Okay, jetzt gehen wir. Fliegen wir da mal hoch. Okay. Kommt hier mal eine Spinnen? Ah ja. Das ist ja eine. Komm, komm, komm hier hoch. Kommst hier hoch? Ich weiß das ganz genau. Du willst nur nicht. Gibst zu. Gibst zu. Jetzt komm doch. Jetzt komm. Jetzt komm. Ich wünsche uns zwei. Zack. Voll geowned. Wie viel haben wir jetzt? 14. 15. Ja, wir brauchen vielleicht noch zwei oder so. Da, 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 da. Das hat lange. Sehr lange. Guck dir mal eine Spinne. Ich mache hier jetzt oben mal zu. Vielleicht kommt er weniger. Wow. Okay, das reicht. Mehr brauchen wir nicht für das Erste. Okay. Auf nach oben an die Oberfläche. Komm ich hierher? Muss hier, ne? Au. Au, hörst du jetzt auf hier auf mich einzuschießen? Lalalalalala. So. Da sind wir auch gleich wieder zu Hause. Puh. Ja, perfekt. Plattform erreicht. So. Gucken wir mal, wie voll die MFSU ist. Oh. Fühlt sich halt immer weiter, ne? So. Das kann man... Nein, mein Lab Pack. Wieso habe ich das getan? Wieso habe ich das... Oh, wieso habe ich die Kohle weggetan? So. Wie sinnlos von mir. Also ein Stack bitte. Und dann will ich auch ganz gerne mein Lab Pack. Ist ja auch irgendwo rumfliegen muss da. Äh, aber nicht so viele. Eins reicht mir vollkommen. So. So. Kohle. Und Lab Pack. So, jetzt haben wir endlich acht Stück. Jetzt können wir unser Canvas Pack machen. Tada! Das ist jetzt nur noch so ein kleines Inventar zusätzlich. Jetzt kann man da auch richtig viel Items und Pipapo reinhauen. Oh, wir brauchen mehr verkennt. So. Mal, by the way, erwähnt. Torch. Da. 18 Stück. Mehr kriegen wir nicht. 20 haben wir auch Sticks. Sticks haben wir nicht. Haben wir Wood. Uuuut. Ja, ja. Hier hat man was. Kohle, Fackeln. Und hier kommt unser Holz ein. Okay, das müsste ja dann erstmal reichen Auf zur Turtle Und das machen wir dann in der nächsten Folge Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da Wenn es euch weniger gefallen hat, dann gönnt mir doch wenigstens einen Daumen Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao